Hi, mein Name ist Camilla und ich bin im Bereich Transaction, Strategy and Execution. Ich war bereits im Praktikum bei UI und ich habe einfach gemerkt, dass das zum ersten Mal nach all den Praktika, die ich gemacht habe, wirklich eine Station ist, wo ich mich menschlich sehr wohl gefühlt habe, sehr viele ambitionierte junge Leute und auch inhaltlich, dass es einfach ein super abwechslungsreicher Job ist, mit dem man auch meine Stärken sehr gut ausüben kann. Man wird individuell gefördert und hat auch auf den Junioren-Ranks ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Zu guter Letzt, dadurch, dass man bei einer der größten Transaktionsberatungen arbeitet, hat man natürlich auch mit den spannenden großen Transaktionen zu tun und auch mit sehr wichtigen großen Playern. Das, was, glaube ich, auch jeder mitbringen sollte in der Beratung, hat sehr viele Schnittstellen mit meiner Skilehrer-Karriere, sag ich jetzt mal. Man muss es lieben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, es muss einem Spaß machen, im Team zu arbeiten. Auch, dass man schnell mit neuen Situationen umgehen muss und auch diese gewisse Flexibilität hat. Das sind einfach alles Themen, die mich reizen und die mir einfach Spaß machen, die in der Beratung gut zu mir passen. Bis zum nächsten Mal.